moin moin und herzlich willkommen hierzu let's play risen diesmal wieder live von in farbe heute ist montag der 18.07.2016 falls es euch interessiert so ja ich bin hier mit der guten petty und ja wir müssen immer noch gegen diese ex menschen uns durchschlagen durch kämpfen und das gar nicht so einfach und ladebitteschirm stand auch noch mal häufiges speichern ist sinnvoll und das stimmt auf jeden fall und wir müssen halt aufpassen dass die petty auch nicht getötet wird und das ist gar nicht so einfach bei den ganzen schurken die hier rumlaufen aber diesmal bin ich ausgeschlafen zumindest einigermaßen ist vielleicht noch nicht richtig wach aber gut nehmen wir mal die fackel hier mit lieber gleich mal speichern da sollte ich echt öfters dran denken weil man nervt das ja weil man immer wieder kämpfen muss kommt der nächste schurke müsste hat mich bald trink 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 nein ja da ist er tot oh da ist ja noch einer was warum kommt der denn stimmt der kommt ja nein aber ich vergesse immer wenn ich einen getönt habe dann kommt der andere zu mir und ich kann mich da nicht auf die Patty verlassen ja doch wir schaffen es wir schaffen es ich bin mir da so gut wie sicher wir müssen das eigentlich schaffen ne ich dachte ich könnte nochmal irgendwelche Motivationen zu ähm naja also ich wollte sie motivieren aber da kann man das leider nicht so kommt her ihr Schurken naja lustig oh ich geh mal lass die Patty in Ruhe das ist ne arme hilflose Frau oh ja 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 Ah, Mann, Mann. So Petty, jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Gibt's ja gar nicht. Komm her, du Schurke. Schade, dass man nicht einen nur triggern kann. Die stehen leider zu dicht beieinander. Das wäre ja schoner, wenn man sich zu zweit auf einen konzentrieren hätte können. Der andere könnte ja auch mal warten, netterweise. Ich wünschte, die Facke könne sie einfach verbrennen. Weil schließlich laufen die ja über das Feuer. Aber das stört die überhaupt nicht. So, warte mal, ich muss mich nochmal heilen. Dann sterbe ich mich gleich. Aber ich sollte auch nicht gegen eine Wand laufen. Mit dem Rücken zu denen. Komm, wir schaffen es, Petty. Sollte eigentlich... Was, Petty? Ey, ihr hättest beinahe geschafft, Petty. Petty, du darfst nicht sterben. Ähm, na gut, muss ich nochmal laden. Ach. Mann, wir hatten es beinahe geschafft, ey. Da muss die Petty da auch mal zurückgehen. Warum geht sie denn nicht mal zurück? Du musst mal zurückgehen, wenn du halt dich heilen musst. So wie ich. Ja, du sollst aufpassen. Ich passe auf. Du bist gestorben. Oh, oh. Oh, jetzt sind die zu dritt auch. Ah, Mist. Bin zu weit nach unten gegangen. Ah, na gut, jetzt bin ich gestorben. Aber das waren jetzt auch welche... Das waren jetzt zu... Die waren jetzt zu dritt. Wollte ich sagen. Mann. Ah. So, Petty. So, wir müssen jetzt ganz langsam sein. Dass wir die... Am besten vielleicht mit dem Bogen... Der andere ist... Ah, nee, der andere kommt auch, ne? Oder? Ja. Aber der dritte, der bleibt weg. Hoffentlich. Nee, die sind zu dritt wieder, ne? Warum sind die denn jetzt zu dritt? Warum kann ich nicht noch irgendwas zaubern? Irgendwas gutes zaubern. Ich mach das jetzt einfach mal. Oh, jetzt bin ich tot, oder was? Ah, das hat auch nicht so geklappt. Hm. Ja, wir müssen das schaffen, dass da nur die zwei da sind. Nicht wirklich nur die beiden kommen und nicht der dritte auch noch. Komm. Oh, das wird lustig. So. Jetzt verwand ich mal... Mich, ähm... Hm. Okay. Okay. Ja, das sieht doch ganz gut aus jetzt. So, sind die schon mal weg? Aber ich kann mich nicht heilen, ne? So. Jetzt wäre ich gestorben, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Sonst speicher ich jetzt mal. Oh Mann. So, weiter geht's. So, jetzt nochmal speichern schnell. Das ist ja das. Die werden nicht weniger, ne? Oh, jetzt kommen sie wieder zu dritt, ne? Oh Mann. Ich konnte mich gerade gar nicht bewegen. So, ich muss einmal die Tür aufmachen, weil ich heute ein Paket bekomme. Nicht, dass ich das nicht höre. so weiter geht's na komm da sind es blöd dass sie da zu dritt sind das ist echt nicht nur gut das wird lustig das war ja sehr gut jetzt der stream der geht ungefähr fast zwei stunden so zwei stunden ungefähr man ey wie soll ich die denn töten vielleicht illusion erschaffen vielleicht sind die denn abgelenkt auch 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 ich hoffe ich kann da mehr schaden mitmachen. Kommt! Oh, da ist sie schon tot. Ah, das ist auch keine gute Idee. Hm, ich glaube wir müssen... Ich weiß es nicht. Was machen wir da? Ach man, ich weiß auch nicht. Stell mich am besten immer vor sie. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Komm, wir sollten vielleicht wieder zurück gehen. Ich würde mich am liebsten teleportieren. Aber das hat dieses Spiel leider was dagegen. Aber den ganzen Weg dahin zu laufen ist auch... Ach man, wenn das Spiel nicht so einen Bug hätte, dann würde ich ja mich teleportieren. Und so ist es ja halt ein weiter Weg dahin zu laufen. Wir sollten uns wieder trennen. Klar doch. Okay, sie verlässt jetzt die Gruppe. Vielleicht ist sie dann da in Sicherheit. Wenn nicht... Dass sie da vielleicht wartet. Geht sie jetzt oder geht sie jetzt? Ich weiß ja nicht, wohin geht sie denn jetzt? Ich will nur mal wissen wohin sie jetzt geht. Sonst muss ich halt erstmal alleine den Weg so weit freimachen. Ich hoffe sie bleibt jetzt hier stehen. Na, bleibt wenigstens hier stehen. Hm. Oh, sie geht jetzt komplett... Na, komm. Dann komm mit. Komm mit. Geht klar. Hm. Mann, wir bräuchten am liebsten noch einen mehr. Warte mal. Oder ich geh mal hier lang jetzt. Vielleicht... An hier kommen wir auch... Nee, Quatsch. Auch kein guter Weg. Ist kein guter Weg. Ah, ich weiß noch was anderes glaube ich. Genau, wir gehen den anderen Weg. Ist vielleicht eh besser. Wann das? Hm. Wo war denn das? Wie kam man da jetzt nochmal runter? Ah, dann musste man hier irgendwo durch, ne? Habe ich hier lang, ne? Ich hoffe nur hier sind jetzt nicht auch noch so ne Kummeln. Ich bleib erstmal hier. Nee, komm mal mit. Dann los. Sag mal, du willst doch wohl nicht da runter in die Ruine, oder? Und wenn es so wäre? Sagtest du nicht, du willst zu einem Wasserfall? Da unten wirst du keinen finden. Naja, vielleicht ja doch. Ich bleib erstmal hier. Dann los. Ich geh jetzt hier lang. Ich bleib erstmal hier. Ich habe hier友 mas学- Die kann ich gar nicht mehr langen. Irgendwas hat sich hier verändert. Oder doch? Kann ich gut doch langen. Da ist nur die Patty jetzt nicht dabei. Da ist jedenfalls der Wasserfall. Die komischen Würmer. Der Wasserfall. Der Wasserfall. Nein. Lasst mich in Ruhe. Kann man hier nicht. Ich dachte man konnte da hoch. Ich sehe gar nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Oh. Drei Wölfe wieder. Ja. 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 So. Ich glaube ich muss hier lang. Ja. 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 Ja.